der Liedel Heide die hie sind wir nicht wieder komisch heute da nachher kommt noch mal das hat das wo bringst du mich hin Spiel wieso das könnte so einfach sein Ich bin zu schnell. Nein. Nein. Gott. Ich wäre... Es ist mir jetzt egal. Nein. Oh, das gibt es doch nicht. Habe ich... Ich habe kein Herz verloren. Das krieg ich mir abbreiten auch. Habe ich jetzt. Ich habe kein Herz verloren. Oh Gott. Oh Gott. My heart will go on. Teratoma. Ähm. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was schlimmer ist. Teratoma. Death. Die Tatsache, dass ich kein Death bekommen habe. Ich weiß es nicht. Was ist schlimmer? Dass ich keinen Mr. Fister habe. Was echt traurig ist. Weil, äh... Back to the Nuts Bitches. Dass es gut ist, dass wir mal was Neues nochmal haben. Das er so simpel ist, weil die Steine ein Layout hatten. Das war ja echt erbärmlich. Oh. Da ich, äh... Nochmal eine Blutbank habe. Ich weiß es nicht. Was ist... Ich... Was hat mir die Magic 8 Boy jetzt gebracht? Gar nichts. Oh Gott. Wir werden sowas so drauf gehen. Die Frage ist nur, wann? Wo ganz sicher nicht rechts lang, ha? Oder etwa doch? Oh Gott. Oh. Kinderlein Gottes. Oh Gott. Wo haben wir... Da und da... Es läuft doch, oder? Also... Mehr oder weniger. Ich will ja nicht laufen. Es ist lustig, weil wir schnell sind. Verdammt schnell. Oh Gott. Das hier ist doch auch... Oh Gott. Vorzüglich. Die Realisation... Sagt man das? Realisation? Die Realisierung der... Situation hat mich zu lang... Ich nicht deutsch. Er hat... Er hat... Er hat mich zu lang darüber nachdenken lassen. Er hat mich zu lang... Oh Gott. Was ist das? Was ist das hier für eine Scheiße? Ich habe es nicht kapiert. So. Oder ich habe es halt zu spät kapiert. Oh Gott. Komm. Ja. Äh... Ja. Nein. Nein. Einfach... Lass mich doch... Einfach... 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 Weil einfach... Einfach... Einfach ist. Nee. Ich bin zu spät kapiert. Ich muss mich zu spät kapiert. Naja. Wenigstens geht es schnell. Kann ich mir das nicht beschweren. Denke ich. Aber es ist auch der zweite Run. In einem Run... Video... Runde. Weil... Deswegen... Das haben wir ja schon miteinander ausgemacht. Weil... Deswegen... Haben wir das schon miteinander ausgemacht? Weil ich es kann. Okidoki. Dann kommst du noch, du kleiner Scheißer. Und dann haben wir noch hier eine Bambo. Oh. Super. Dann kommt hier Idlis. Äh... Dann bashen wir noch Isaac weg. Und... Keine Ahnung. Oh Gott. Hm... Einfach im Kreis drehen. Das kennt man ja. Auch das... Diesen Trick. Von The Legend of Zelda. Geklaut. Übernommen. Ihr dürft es nennen, wie ihr wollt. Tatsächlich dürft ihr das nennen. Oh. Me fool. Me neither. Äh... Ja. Das ist super. Monströs. Isak. Wirklich schießt die Bombe. Ignis weg. Oh. Prozent Heusick Heusick Oh Wer ist Isaac? Ich bin diesem jungen Lieben entgegnet wenn das ist Isaac Isaac ist eigentlich ein schöner Name für dich Isaac 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 Boomshakalaka Uh, da ist ja noch, äh, Mum Sie lebt ja noch Habt ihr das verstanden? Es ist lustig weil sie gerade gestorben ist So So Jetzt wird's schon wieder etwas Hariga Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Das war Oh nein Ich hab grad, ich hätt alles Dann kam der Wicht Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh, das war knapp Die Oh 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 da sind ja auch zwei Köpfe in der Mitte den hab ich ja gar nicht gesehen ich habe aber besseres zu tun als gegen Reed zu kämpfen jetzt kann ich gucken wie ich das schaffe und dann machen wir mal hier aus Burg auf die Leule oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott ähm, ihr müsst die Ruhe entschuldigen ich denke, das ist verständlich äh, ich muss mich halt, oder ich versuche mich eben zu konzentrieren das klappt nicht so oft aber, hey, gut, immer ein erstes Mal, ha ich versuche also irgendeinen Nonsens zu labern, damit das nicht so still hier ist während das nicht Isaac gerade so ein bisschen penetriere ähm, versuche keinen Hit zu bekommen versuche umso mehr zu geben das ist gut, da ich den, oh Gott, ich war gerade verwirrt den Spoonbender habe und auch bisschen gut, dass ich den Cube of Meat habe ich hätte aber gerne den Level 2, weil dann wäre ich noch stärker in Damage per Second, weil ich mehr schießen würde oh Gott, 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 spawn noch nicht noch mehr von den Drecksviechern Aaaaaaah, uuuh, äh, ecklich, 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 ecklich doch die sollen das kleinere Problem darstellen habe ich mitbekommen man munkelt uuhuhuhuhu uuhuhuhuhu es ist lustig, oder? es ist verdammt witzig, ihr lacht euch jetzt bestimmt kaputt hm, ich habe gerade echt Panik Oh, wieso spawnst du? Nein. Die zielen besser als Isaac. Die blöde Sau. Da ist Isaac. Von dem hat die Mama geredet. Die ganze Zeit. Oh. Ha. Das ist, äh, besser gelaufen, als ich erwartet habe. Und I will not hesitate. Sofort weitermachen. Und wir bekommen vier rote Kisten. Das ist echt schlecht eigentlich. Oh mein Gott, das... Ich habe mit zwei Herzen eine größere Scheiße. Ich habe zwei Tearsapillen bekommen. Ähm. Und Secret Room gefunden? Ich... Was ist der Scheiß hier? Okay. Die Left Hand hat mir gerade alles versaut. Super. Äh. La 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 la. Ich laufe einfach mal hier rum. Das wird Spaß. Ich muss jetzt ja erstmal zum... Blue Baby kommen. Ne? Das sind wir ja. Von wegen Gaming Knowledge. Du musst erst zum Endboss kommen, um den Endboss zu besiegen. Das ist mir klar. Ja. Das ist mir klar. Ähm. Das ist nicht so cool. Hm, hm, hm. Oh, oh, oh. Ne, 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 ne. Das... Oh Gott, no. Oh Gott, no. Ich mag es super rough. Ich mag den echt. Das ist... Das ist doch... Das macht Spaß. Ein bisschen schon. Das Gefühl, laufen zu müssen. Ja. Ihr kennt das ja auch. Das Gefühl, zu laufen. Und sich selbst am nächsten zu sein. Sich selbst am nächsten verwunden zu können. Oder zu müssen. Schicksal. Ich rede gerade wieder so. So ein Dönenschiss. Dass ihr am besten gar nicht erst auf mich achtet. Danke für euer Verständnis. Amen. Amen. Gott. Was bin ich heute wieder? Lustig. Ha. Hm, hm. Haben wir nicht zusammen gelacht. Viel und oft. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Wow. Und weg. Komm. Wach, wach. Warte. Nein. Nein. Hier darf keine Sackgasse sein. Nein. Wieso habe ich das dann alles gemacht? Ha. Der Raum war nutzlos. Nein. Jetzt habe ich das Block und wie Leil benutzt. Scheiße. Ha. Oh Gott bewahre, wärst du ein Gertie Junior. Ich hätte mich jetzt umgebracht. Alles cool. Jeder Schuss ein Treffer. Bei unserem Damage Output ist Gertie nicht mehr als eine Sprungspinne. Grrrr. 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 Was sagst du jetzt? Blöde Sau. Okay. Super Last. Finde ich super ätzend. Ähm. Muss gemacht werden. Kriege ich hin. Bin ich ver... Oh mein Gott. Das macht ja fast gar nichts. Hm, hm, hm. Das ist nicht so cool. Nein. Oh Gott, 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 ich habe mich verlaufen. Ah, ah, verdammt, ah, hm, ah. Oh, scheiße. Das sah so gut aus. Ah. Nö. Ja, das hieß mein Ende. Oh Gott, das hieß mein Ende. Kacke, 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 kacke. Okay. Ähm. Wow. Ich habe nichts mehr zu sagen. Mein Name ist Eddie Winkmann. Ich habe... Nein. Ich habe nichts mehr zu sagen. Mein Name ist Eddie Winkmann. Nein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wer das heißt, lädt zu dir an. Ich war bei mir in der Winkmann. Oh Mann. Ich, äh, geh jetzt noch... 50 Kilo Stemmen, äh, um meine Power, meinen Adrenalin wieder runter zu pumpen. Äh, vielleicht gehe ich noch 5 Kilometer laufen. Mach dann meine Hausaufgaben und schlaf dabei ein. Bis dahin. Pff. Ciao.